so freunde willkommen zu diesem video wir werden uns den monatshelden vom oktober 2024 anschauen das ist nämlich der rote helde sedan ob er mit sinne dienen verwandt ist wissen wir nicht wir jetzt ihn schon haben vielleicht kommt materazzi auch noch mal irgendwann rein wir wissen es nicht wenn ich weiß worauf ich anspiele einfach mal googeln dann wird man herausfinden um was es da geht so er ist wieder da der neue monatshelden und ich muss tatsächlich sagen wir sind ja in letzter zeit da waren ja echt einige graupen dabei ja wenn ich dann so an zerkassen mir denke oder sowas aber da waren auch welche dabei wo ich sagen würde ja kann man machen letzter hält jetzt mit chloris finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht als als heiler jetzt haben wir ihn und mal gucken was da so auf uns zukommt also wir nehmen jetzt mal komplett komplett auseinander walddäufer klasse gut das heißt er kann piercen dementsprechend kann er defensiv boni umgehen mit seinem talent da können wir einmal hier gucken was jetzt natürlich auch mit hier meister durchbohren und sowas alles 25 prozent chance verteidigungsboni inklusive gegenangriffe zu umgehen wenn boni umgangen werden werden folgende effekte ebenfalls aktiviert das ziel erhält minus 20 prozent verteidigung für drei züge gut das ist schon mal nicht schlecht wir haben zwei passiv fähigkeiten erhöhter angriff pro nicht feuer gegner zu beginn des kampfes wird der angriff dieses charakters um fünf prozent für jeden gegner erhöht denn nicht zum element feuer gehört in kämpfen mit mehreren wellen wird dieser effekt zu beginn jeder welle aktualisiert also noch mal zu beginn jedes kampfes wird der angriff dieses charakters um fünf prozent für jeden gegner erhöht der nicht zum element feuer gehört heißt was da keine feuer hellen dann wird er um fünf prozent erhöht für jeden gegner also sprich du hast du spielst gegen einen der hat einen roten tank und der rest ist der anderen farben das heißt vier helden die nicht rot sind vier mal fünf sind zwanzig das heißt er hat schon mal ein als passiv ein angriff um plus zwanzig prozent schau mal nicht schlecht eigentlich ja also von daher das kann man auf jeden fall gut mitnehmen heißt im umkehrschluss ihn sollte man jetzt nicht oder ihn kann man natürlich auch klar gegen rote gegner mitnehmen dann profitiert man jetzt davon nicht also sagen wir mal so ist du spielst ja auch gegen keine roten monorot defensive ja wenn er jetzt ein gegner ist der drei rote drin hat mit dem hartortank zum beispiel dann gehen gehst du ja wahrscheinlich sowieso eher nicht mit rot rein sondern eher mit blau und dann umgehst du das ja schon aber wenn da halt grüner tank ist und vielleicht noch ein grüner hält und kein roter dann macht er natürlich noch mehr sinn und passiv noch der charakter die angeborene fähigkeit negativen status änderung zu widerstehen die immunität von neuen boni gewähren aktuelles beispiel ist vielleicht wahrscheinlich violet pot die macht das relativ gerne und auch irgendwie immer das ist halt einfach diese diese fähigkeit man sieht dieses symbol hier das halt irgendwie boni entfernt werden und es können keine neuen gesetzt werden und da ist er halt immun gegen ich hab grad was gegessen hörnern mit nüssen in dem fall finde ich wieder überall aber jedenfalls das ist auch nicht schlecht ja also er kann somit immer boni kriegen weil er ist halt immun gegen immunität sozusagen das ist auch nicht schlecht also beide passiv eigentlich passiv funktion eigentlich gar nicht mal so schlecht so als glücksspiel zu begehen jedes kampfes erhält dieser hält sechs züge lang plus 60 prozent angriff mit 20 prozent mit minus 20 prozent genauigkeit weiß ich nicht mag ich nicht wenn ich ehrlich ich will lieber wenn er an ist erfeuert er und er trifft wenn ich irgendwie sowas machen möchte dann nehme ich wukong beim titan um massiven schaden zu machen hier ist es so finde ich persönlich das geht nicht wirklich hand in hand weil seine mana geschwindigkeit ist sehr schnell sei es der ist halt auch sehr schnell am start ja mit der mana truppe schrägstrich zyklopem schrägstrich magier truppe sogar mit sechs stein sechs steine hat man womöglich innerhalb der ersten sechsten züge offen immer und dann ist halt da das problem sein special was er macht hat halt die chance zu verfehlen das ist irgendwie ein bisschen kontraproduktiv wenn er jetzt langsam wäre als beispiel ja dann könnte man sagen ja gut okay scheiß auf die alpha fähigkeit bis ich den anhabe sind die sechs züge um er ist halt nun mal sehr schnell das heißt die wahrscheinlichkeit dass sich das so ein bisschen ins gehege kommt er ist voll mit mana und hat seine alpha fähigkeit noch könnten kann also verfehlen von haus aus ist halt da die chance ist halt wirklich gegeben muss man einfach gucken ja entweder sagt man ja ich habe genug rot also auf gut glück feuer wenn wir mal oder man muss halt warten je nachdem so werte ist wahrscheinlich einem monat zelten angemessen würde ich jetzt einfach mal behaupten so tricks der branche sehr schnell gut fügt dem ziel 355 prozent schaden zu als sehr schneller geht er auf ein wenn er 355 auf drei machen würde wäre schon zu krass ja als sehr schneller das heißt das ist erst mal in ordnung geht auf ein 355 prozent schaden das ist auch glaube ich erstmal alles soweit gut er hat einen hohen angriffswert wenn er trifft ja dann hat er ja hier auch noch erhöhten angriff vielleicht durch das passiv auch noch den erhöhten angriff also das kann schon kann schon ordentlich scheppern stiehlt dem ziel den letzten bannbaren bonus und schenkt ihm dem wirker ja also in dem fall reden wir jetzt einfach mal von alpha fähigkeit ja da hat jemand aus alphasport da hat jemand alpha bollwerk oder alpha mana wie zuge oder alpha immunität wie harthor hat harthor das oder hat sie regeneration ich weiß nicht aber egal ja hauptsache da ist irgendwas das klaut er dann und praktisch auf sich drauf für die noch verbleibenden züge das ist auch erst mal in ordnung also praktisch ein boni entfernen auf einen wenn du es so nimmst und jetzt kommt es wirkt zufällig eine der folgenden alternativen das ist eine sache die mag ich eigentlich gar nicht ja das ist so das problem was rumpelstielzinn hat das ist ein problem was dann saburo hat das ist ein problem was stimmt auch noch ein paar andere helden haben das sage ich auch immer wieder ich will wissen was mein held tut ja bei rumpelstielzinn ist es zum beispiel ganz schlimm der macht entweder macht er schaden oder er heilt oder er macht noch irgendwas so und dann ist halt die sache so ich brauche jetzt den schaden beim nächsten beim nächsten angriff der feuert da sein special dann bin ich tot und was macht er dann dann heilt er und stirbt danach weil er nicht genug heilt so und dann hast du verloren obwohl du dein special feuern konntest weil du halt nicht weißt was er tut oder du sagst ich brauche jetzt unbedingt heilung weil sonst sterbe ich in der nächsten runde durch mein durch mein gift schaden oder sowas was ja dann macht er schaden killt aber den gegner nicht und stirbt durch den gift schaden wo man dann vielleicht noch einen zug gebraucht hätte weil dann match drunter ist um ihn zu killen oder sowas nach dem special keine ahnung sind konstruierte situationen aber sowas gibt es und deswegen bin ich von sowas nicht wirklich überzeugt also ich will wissen was macht mein held zu welchem zeitpunkt aber mal gucken so wir haben spitzer bolzen das ziel erleidet 741 blutungsschaden über drei züge gift keil das ziel erleidet 789 gift schaden über drei züge feuer bolzen das ziel erleidet 837 brand schaden über drei züge so das heißt alle alternativen machen schaden entweder blutung gift oder brand habe ich also das problem nicht was ich zum beispiel mit rumpelstiel zinn habe ich weiß er macht schaden die frage ist halt nur macht er jetzt 741 oder 837 also natürlich ist dann halt sagen wir so der feuer bolzen ist halt der win sozusagen weil da kommt am meisten schaden aber an sich weißt du es trudelt schaden ein über zeit so der vorteil hierbei ist er entfernt erst den neuesten entfernbaren oder bandbaren bonus das heißt wenn da irgendwelche immunität drauf ist beim gegner ja dann nimmst du die vorher runter sofern da jetzt nicht 20 andere ähm boni drauf sind ja dann nimmst du vielleicht die nicht gerade runter aber wenn dann nur immunität ist kannst du die runternehmen und setzt dann deinen blutung schaden weil wenn die immunität bleiben würde ne dann kannst du halt keinen schaden über zeit setzen so das ist wiederum gut auch in der reihenfolge erst den bonus stehlen dann den schaden machen das macht sinn das ist gut er ist sehr schnell so das heißt ähm wenn man glück hat kann man sogar innerhalb dieser drei züge wo das hier schon bei einem tickt sie dann wieder anhaben und auf den nächsten gehen oder wieder auf den gleichen das ding ist ja auch blutung schaden gift schaden brand schaden ist alles was unterschiedliches das heißt du könntest rein theoretisch blutung schaden auf einsetzen dann hast du ihn wieder an und wenn du glück hast macht er nicht blutung schaden wenn er den macht würde es wieder auf drei züge zurückgehen auch nicht schlecht wenn du aber glück hast macht der gift schaden oder brand schaden und du hast dann zwei ähm sachen die über zeit ticken das ist auch nicht schlecht ja da kannst du einen eigentlich ganz gut mit runternehmen würde ich mal sagen das ist jetzt nicht die masse ähm also das ähm das hält sich alles noch so in grenzen irgendwas mit dann über 200 irgendwie sowas in dem dreh ja bei ihm bei hier ist es natürlich dann ein bisschen mehr reden wir von über 250 pro runde ähm äh schon fast fast an die 300 sagen irgendwie sowas zwischen 250 und 300 das ist jetzt bei Helden die halt ähm über 4000 lebenspunkte haben ist das jetzt nicht die masse ja also ich sag mal so er ist er ist gut ja aber er ist halt keiner der jetzt dir ein raus killt oder sowas ne er ist halt er ist halt dabei ähm ein ja nieder zu ringen sag ich mal ne das ist ja das ist ja nicht schlecht wenn du wenn du wenn du damage machen kannst und hast dann parallel dazu noch irgendwie Blutungsschaden Giftschaden Brandschaden so das ist aber und das muss man halt leider dazu sagen ähm wahrscheinlich wäre würde hier mehr passieren wenn er ein Covenant Held wäre oder sowas ja er ist halt jetzt nur nur in Anführungsstrichen Monats Held die sind ja nie wirklich richtig krass OP wir hatten ein paar gute aber die waren halt gut in der Kombination ja wir reden jetzt hier so ja von Eluria zum Beispiel ähm das heißt er wird jetzt kein brutal krasser Held den du in jeder Ecke sehen wirst aber ich persönlich finde ihn dennoch nicht schlecht ja ähm man darf ja nicht vergessen er macht ja nicht nur diesen Brandschaden oder den Blutungsschaden sondern er macht ja vorher auch noch Damage so und je nachdem wie hoch dieser Damage ist kann es natürlich auch sein dass du halt ein massiv schadest und der Rest von seinem Leben geht dann hier durch Brand, Gift oder Blutungsschaden durch das heißt er könnte dann doch jemanden killen ja also wir haben schon deutlich schlechtere gehabt ihn würde ich tatsächlich eher so ins obere Tableau reinpacken von der von der vom Nutzen her von der Stärke her ja so und dann gucken wir mal noch elementare Verbindung verleiht allen Feuerverbündeten plus 20% kritische Treffer für 6 Züge das ist auch nicht schlecht ja damit kann man auch kann man auch leben ich finde das bei Evelyn eigentlich ganz geil so ein bisschen Heilung für alle ne das ist auch immer ganz nett aber von mir aus auch kritische Treffer so jetzt ist die Frage wo kann man ihn gebrauchen also ich würde jetzt mal sagen ich für meinen Teil ne wenn wir 30er Kriege machen sind wir Top 3 da werde ich ihn wahrscheinlich sehr wenig sehen je weiter man jetzt von Top 3 entfernt ist desto häufiger kann es sein dass man ihn sieht weil ich persönlich finde ihn jetzt nicht ganz so schlecht wo ist er jetzt zu gebrauchen naja wo er jetzt erstmal nicht zu gebrauchen ist würde ich jetzt mal sagen ist zum einen Türme Events weil die sind in der Regel hast du drei Bosse und du willst da halt weil das halt auch auf Zeit geht diese Competitive Events da geht es auf Zeit und da willst du Helden die mindestens auf drei gehen oder halt auf alle wie auch immer ja und das macht er halt nicht er geht halt nur auf einen das heißt für diese Nische im Spiel ist er überhaupt nicht geeignet für den Titan ja das einzige was ihn für den Titan wenn dann so ein bisschen gut macht sag ich mal ist halt die elementare Verbindung 20% Chance auf kritische Treffer ich würde ihn beim Titan mitnehmen wenn er derjenige wäre der den höchsten Angriffsschaden hat um Steinschaden zu erhöhen hier ist es ja dann auch so mit seinem mit seinem Glücksspiel hat er da ja vielleicht auch noch ein bisschen was also er ist er ist durch seine kritische Chance die er hier gibt oder kritische Treffer ist er für den das ist eine Fähigkeit die man beim Titan nutzen kann ja das aber halt nur Fitzelchen ist diese elementare Verbindung müsste man einfach mal gucken wie wie gut das ist aber wenn er derjenige ist mit dem höchsten Angriffswert dann würde ich ihn sowieso mitnehmen und dann profitiert man vielleicht auch davon ja ansonsten ein sehr schneller Held ja hilft in der Offensive auf jeden Fall vielleicht ich meine klar die jetzt in der Top 3 die haben zigtausend andere Helden die besser sind als ein Zidane ja aber ich denke mal so in der Top 100 kann man den Offensiv ruhig schon mal mitnehmen ist halt Sniper mit Boni Entferner und Schaden über Zeit das ist jetzt per se nichts Schlechtes ne ob er in der Defensive reinkommt er ist sehr schnell das ist natürlich ne ganz nette Sache Immunität schützt nicht davor weil er nimmt es ja vorher weg kannst halt nur so ne Immunität wie Aramis haben die man nicht bannen kann ja defensiv kann man ihn kann man ihn kann man ihn bringen ja die Sache ist halt was machen die Alternativen ja also wenn jetzt die Alternative ich sag ich mach's jetzt einfach relativ simpel ein Asla ist ohne Tun ohne Kostüm ohne alles dann ihn natürlich safe wenn die Alternative keine Ahnung ein Lodius ist weil ich ihn jetzt vor kurzem wieder gesehen hab ein Lodius ein ach wir haben so viele Hammerklang ähm Pfefferflamme oder sowas wenn das die Alternativen sind dann würde ich eher sagen dann packen eher diese Helden in die Defensive und nicht ihn das kommt so ein bisschen drauf an ich denke von der Mana Geschwindigkeit her und von dem was er tut kann er in die Defensive aber das ist halt jetzt wieder so individueller Fall wer hat was ja deswegen das kann man kann ich jetzt so hier pauschal nicht sagen ähm ich würde ihn tatsächlich eher in die Kategorie besserer Monatsheld einordnen oder sogar eigentlich guter Monatsheld ähm von daher mit Chloris jetzt mit dem Vergangenen kann man ja jetzt schlecht vergleichen Chloris Heilerin eher Angreifer ne aber ähm ich denke wir haben es auch schon deutlich deutlich schlechter getroffen mit dem Monatsheld ne deswegen wer ihn kriegt also ich ich hab ja auch mit ihm mal kurz gespielt in der Beta muss ich ja auch dazu sagen ähm war ganz okay ähm ich weiß halt nicht ich werd ihn wahrscheinlich nicht instant leveln wenn ich ihn habe aber vielleicht irgendwann mal keine Ahnung weiß ich nicht bei mir ist halt das Problem ich hab halt ein paar Alternativen ne ähm deswegen aber wenn ich diese Alternativen nicht hätte würde ich ihn leveln sagen wir es einfach mal so ja mit einem sehr schnellen Helden der ein Sniper ist Boni entfernt und dann noch äh Schaden über Zeit macht macht man in der Regel eigentlich nichts verkehrt deswegen wer ihn hat viel Spaß beim Leveln achte natürlich auf deine Alternativen ja wie gesagt wenn da jetzt eine Pfefferflamme die Alternative ist dann level die wenn äh keine Ahnung irgendwas anderes krasses neues da die Alternative ist sollte man da auch überlegen ob man nicht vielleicht eher den anderen Helden levelt und ihn dann noch zurückstellt kommt halt immer drauf an aber wie gesagt wenn man ihn levelt macht man in der Regel eigentlich jetzt nichts verkehrt muss ich dann halt nur vorher mal umgucken was man so sonst liegen hat ja gut okay also ich freue mich drauf ich bin gespannt ob ich ihn kriegen werde ähm ich hoffe doch und dann sehen wir uns im nächsten Video vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns macht's gut ciao ciao